So, also, ich bin jetzt auf dem Weg und gehe meiner kleinen Schwester ihr Auto vollieren. Diesmal richtig. Wir haben hier einen Mazda 3 MPS, den sie jetzt seit mir auch gelobt hat. Und der ist damals pink lackiert gewesen. Man glaubt es zwar nicht, aber er war wirklich pink lackiert. Und zwar Motorhaube, Kühlergrill, Dach und Heckspoiler. Und das will sie seit Ewigkeit schön schwarz machen lassen. Hat es dann von einem Kollegen auch machen lassen, schwarz verliert. Aber absolute Katastrophe. Die Verlierung ist überall wieder abgekommen. Es hat Luftblöderchen drunter. Es hat Kanten drin. Sieht aus richtig, richtig schlimm aus. Ein paar Beispiele, wie es vorhin jetzt war. Ich bin jetzt unterwegs ins Aagau, an der Nau von Zern. Zu einem Kollegen von mir. Und dort wird dann das Auto endlich richtig verliert. Ich dachte mal meiner Schwester eine kleine Urraschung. Ich kann das Auto verlieren. Was auch noch neu gemacht wird, ist, im Innenraum wird alles schwarz lackiert. Das ist nicht so komisch. Das machen wir noch. Die Verlierung wird jetzt neu gemacht. Und zwar diesmal richtig vom Profi. Dann haben wir Schallknaufe von Sparco bestellt. Die Seitenlippen kommen neu. Und die ganze Neue, die im Innenraum hier werden auch noch neu gemacht. Vor allem natürlich. Das ist so mein kleines Projekt für die nächsten zwei Tage. Um meine kleine Schwester zu überraschen. Sie ist aktuell neu in der Ausbildung. Sie verdient nicht viel Geld. Dementsprechend, was sie sich nicht leisten, sich die Träume halt erfüllen mit dem Auto. Weil es halt einfach zu teuer ist. Darum denke ich, ich als grosser Bruder mal ein bisschen einstehen. Und mache gleich Zischenzeit. So. Also. Wir sind jetzt in die Heim von Luzern. Vom Car Car Wrapping, was es ganz unmöglich gemacht hat, jetzt so kurzfristig noch schnell das Auto verlieren. Danke an dich auf jeden Fall. Steht unten in der Beschreibung. Könnt ihr ihn auch abchecken. Ähm. Wir haben jetzt das Auto müssen bei ihm lassen. Bis morgen zu Abend. Das heisst, das Ganze verschiebt sich ein bisschen. Heisst ein bisschen mehr Stress für uns. Aber äh. Hauptsache es ist gut verliert leider. Das ist das Wichtigste. Ja. So. Ähm. Wir sind noch zwei Elbsco-Probe fahren, was auch noch Bock gemacht hat. Gerade in der Nähe. Und jetzt heisst es. Abwarten bis morgen. Und dann morgen den Karten holen. Und dann heisst es. Innenraum machen. Pneustiken machen. Das Ganze drum und dran. Also wir warten jetzt eigentlich noch. Bis erst so bitte ist, damit wir mit dem Auto weiterarbeiten können. Ja. Also. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es weitergeht. So. Wir haben jetzt einen Tag später. Wir können jetzt heute 2 Uhr auf die 8 Uhr. das Auto gehen abholen von Car Car Wrapping. Ähm. Es hat leider Komplikationen gegeben. Der Heckspoiler ist nicht verlierbar. Weil der einfach zu viele Kante und Decke hat. Das heisst. Da müssen wir uns noch etwas einfallen lassen. Aber der Rast von Mauders hat heute Abend am 8 Uhr fertig sein. Ähm. Der Noah grüße Licht an. Übrigens. Er hilft mir beim ganzen Projekt. Ähm. Er holt mich dann ab. Und dann fallen wir nochmal auf Luzern. Das Auto gehen abholen. Und dann geht's morgen los mit Sachen schwarz machen. Ähm. Innenraum. Pneüberschriftung. Ähm. Gummilippen und Schallknapp. Kommt. Am Donnstig. Ich habe jetzt heute Bestellbestätigung gekriegt. Heisst. Ja. Für zwei Uhr wird dann losgekosten. Also. Wir sind jetzt auf dem Weg. So. Also gestes Auto verliert wurde. Das ist aber nicht verliert. Das ist nicht verliert. Und. Dann. Diese nicht verliert. Und. Diese nicht verliert. Und. Das wird jetzt alles draufgenommen. Und dann noch gesprayt. Geil noch. Machst du das. Jetzt geht's zu lieb. Trauautos. Die. 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 Und was haben wir da jetzt genau gemacht. Hit? Oder jetzt? Das Balkon schaukelt. So, also, meine Hand, fritig. Das Auto ist jetzt soweit fast fertig, im Innerraum fehlt noch die Nöte, muss man noch fertig machen. Jetzt wird das auch noch gemacht. Der Eggspoll ist jetzt im Weiss fertig, der muss noch drauf, den wir vielleicht noch ein bisschen drüber spritzen, der ist noch nicht ganz gut. Aber jetzt gehen wir zuerst mal das Auto komplett zu waschen. Und dann auch die Nöte fertig machen, auch die Nöte noch drauf machen. Und dann auch die Seite. So, jetzt aber. Also, chill, das Auto ist endlich fertig geworden. Nach ca. 60 Stunden Arbeit sind wir endlich fertig mit dem Ganzen. Sie kriegt jetzt ein Auto. Ich hoffe natürlich, dass sie Freude hat. Und wir haben das Auto noch komplett gewaschen, luftpoliert. Und jetzt steht es unten in der Garage, wenn wir noch warten, bis sie zuhause ist. Und dann kriegt sie einfach ihr neues Auto. Reaktion ist jetzt. So, jetzt ist es super gut. Wir werden es täglich in der Garage zeigen. Wir werden es dann noch einmal kannte. So, jetzt gehen wir die Rastralbe是的. So. So, jetzt werden wir uns das unter anderem sehen. Und dann werden wir uns da noch einmal gerne in den Rastralbeeren . So, jetzt ko-kt. Jetzt brauchen wir das. So, jetzt geht es weiter. Wir werden es mit dem Rastralbeeren. Genau, jetzt beginnen wir das. So, jetzt geht es sonst mal bei uns, wenn wir die Rastralbeeren. So, ich glaube, man kann sagen, dass ihr freut kann. Also, ihre Reaktion seid eigentlich schon wirklich genügend. Ich weiss, sie sind jetzt alle gespalten für Car-Porn, darum verpflücken wir mal schnell. Ich weiss, sie sind alle gespalten für Car-Porn, darum verpflücken wir mal schnell. Ich weiss, sie sind alle gespalten für Car-Porn, darum verpflücken wir mal schnell.